Essen und Trinken ist Geschmackssache, aber nicht nur im kulinarischen Sinne. Das Thema ist stark kulturell geprägt. So ist nicht nur zwischen Personen, sondern auch zwischen Kulturen unterschiedlich, was beim Essen dazugehört und was gar nicht geht. Nase putzen auf keinen Fall. Reste auf dem Teller lassen. Butter, die nach Kühlschrank schmeckt. Den Ellenbogen aufstützen. Margarine. Mit dem Essen anfangen, ohne auf die anderen zu warten. Spinat. Spargel. Schnecken. Lammfleisch. Während dem Essen ständig aufspringen. Kapern. Rosenkohl. Fleisch. Mettwurst. Viel Essen wegschmeißen. Zuweine Fleisch. Essen ablehnen, wenn man es angeboten bekommt. Mit dem Buttermesser ins Marmeladenglas gehen. Essen nicht anbieten, wenn man einen Gast hat. Also Essen ist auch ein wichtiges Ritual. Die Frage ist, was steht mir zur Verfügung, was kann ich überhaupt mir leisten. Das könnte daran liegen, dass ich zum Beispiel nicht alles vertragen kann. Laktose und Verträglichkeit ist ein großes Thema. Oder woran bin ich gewöhnt? Was habe ich in meiner Historie immer gegessen? Das ist wichtig, dass es kulturelle Aspekte gibt. Aber es gibt auch religiöse Gründe, warum man zum Beispiel bestimmte Speisen nicht essen darf. Wie zum Beispiel Schweinefleisch bei Muslimen. Das ist von entscheidender Bedeutung. Aber es geht auch nicht nur, was man ist, sondern wie man ist zum Beispiel. In magrebischen Ländern ist wichtig, dass man gemeinsam ist. Das ist auch bei Italienern und Griechen und Türken auch so, dass man gemeinsam ist. Das ist ganz wichtig, dass man auch eine gemeinsame Aktion startet, dass man zusammen ist. Und in Deutschland ist es zum Beispiel auch üblich, dass man allein ist. Das ist überhaupt kein Thema. Essen und Trinken sind nicht nur kulturell bedingt, sondern auch eine individuelle Angelegenheit. Wie man so sagt, Geschmäcker sind verschieden. So gibt es in allen Kulturkreisen, Veganer oder Vegetarier. Wenn Azubis mit Fluchthintergrund unterschiedliche Ess- bzw. Trinkgewohnheiten haben, sollte man diese respektieren. Ich habe mal Essen mit in den Betrieb genommen und da hat eine Kollegin gefragt, was da drin ist, da sie Laktoseintoleranz isst. Ich esse keinen Fisch mehr, weil es in Bangladesch andauernd Fisch und Reis gab. Leute denken oft, dass ich aus Indien komme und Hindu bin, aber ich bin Moslem. Wenn mir jemand den Kaugummi anbietet, ich lerne ab. Ich achte darauf, in Lebensmitteln, ob Gelatin ist. Da Gelatin aus Schweinflaß produziert wird und ich auf keinen Fall Schweinflaß essen würde. Es kann passieren, dass ein Azubi etwas ablehnt, was ihm zum Essen oder Trinken angeboten wird. Oftmals ist Grund dafür die religiöse Verbundenheit. Es gibt drei wichtige Aspekte, die man beachten sollte. Erstens, wenn das Essen nicht Halal ist, d.h. wenn es nicht das erlaubte Essen ist. Zweitens, wenn der Azubi kein Alkohol trinkt, d.h. es kann vorkommen, dass der Azubi auf ein Bier nach der Arbeit nicht mitgeht. Und drittens, wenn er an Ramadan fastet. Halal bedeutet erlaubtes Essen. Manche Menschen haben sich aufgrund ihrer Religion entschlossen, in bestimmter Ernährungsformen zu leben. Dabei ist es einfach wichtig, auch diese zu ermöglichen und sich nicht an die Verbote zu hängen und sich auf diese zu fokussieren, sondern einfach ausreichend Möglichkeiten zu schaffen. Ich trinke Alkohol, aber mir wurde selten Alkohol angeboten, weil die Leute denken, dass ich kein Alkohol trinke. Ich trinke keine Cola oder Limonade, weil auch dort Spuren von Alkohol enthalten sein können. Am liebsten trinke ich Wasser, da weiß ich, was drin ist. Ramadan bedeutet, dass jeder gläubige Muslim von so einem Aufgang, so einem Untergang 30 Tage lang fastet. Fastet bedeutet in dem Fall nicht essen, nicht trinken, nicht rauchen. Das kann natürlich in Sommertagen sehr lang sein. Die Sonne geht sehr früh auf und geht sehr spät unter. Und dann neigen manche Deutsche, vielleicht auch positiv gemeint, sagen, ja, Essen vielleicht nicht, aber trinken, man sollte doch trinken. Das ist nicht gemeint, aber für die Menschen ist es als solche nicht zu verstehen, weil das Fasten ist nicht individuell, wie man das im Christentum vielleicht versteht, sondern das ist ein Gebot. Das wird vorher einem gesagt, was das beinhaltet. Deshalb würde ich auf diese Kommentare verzichten. Viele Mitarbeiter halten den Ramadan ein. Gerade da muss man dann darauf achten, dass man keine Konflikte entstehen lässt. Denn auf der einen Seite haben wir das Grundgesetz und dort steht geschrieben, dass man das Recht auf freie Religionsausübung hat. Auf der anderen Seite haben wir aber die Arbeitspflicht gegenüber dem Arbeitgeber. Allerdings sollte die freie Religionsausübung auch bei eventuell sinkender Arbeitsleistung gewährleistet sein. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist, alle Beschäftigten im Unternehmen über den Zeitraum des Ramadans zu informieren. Was man auf jeden Fall ist, alle Beschäftigten im Unternehmen über den Zeitraum des Ramadans zu informieren. Was man auf jeden Fall ist, alle Beschäftigten im Unternehmen über den Zeitraum des Ramadans zu informieren.